Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer nächsten Let's Test Folge und heute mit dem Lanter Adiallo und mein Sprachfell und mal wieder der Smash Servus Ja, Crafters United ist heute dran, haben wir uns so rausgesucht und los geht's Juuu, gut Guten Abend Oh, ich rendere gerade ein Video, aber egal So, restig auf das richtige Schild, löse das Quiz, um Teil der besten deutschen Minecraft-Community zu werden, ahaha Ja, ist klar Griefen ist verboten, natürlich, ne? Ah, dann wirst du weiter teleportiert, gut gemacht Ja, ich wäre nach ITB, oh mein Gott Ich muss für Items selbst schuften Ich darf Items aus Kisten nehmen Ich frage Admins nach Items Ich darf Items von Toten nehmen Ja, super, woher soll ich denn das wissen? Ich drücke einfach mal Ihr müsst es einnehmen, ich muss Items sammeln Ich wende mich nur ans Team, wenn es sein muss Das Team muss mir jederzeit zur Verfügung stehen Oder Rathor müssen alles machen, was ich sage Admins sind nur für meine Wünsche zustimmen Ja, das Erste Okay, wo seid ihr? In welchen Zeitpunkt? Äh, ich bin hier gar nicht in so einem Raum Ich muss für Items selber schuften Ja, das musst du das Erste gleich nehmen Ja, ich finde das gut hier mit dir Ich werde mich nur ans Team senden, wenn es sein muss Ich habe mich fragen, ich lesen Die Regen sind doch eh überall die gleichen Ich habe die Regen knapp überflogen Ja, da müsst ihr die Regen verstanden Ja, ja, ist doch wohl klar Äh, ja, ich bin, ich bin fertig Bin da Ja, super, ich bin in der Hölle Ich bin in der künstlichen Hölle, die Knölle Wenn du die Regen gelesen hast, kannst du die folgende Aufgaben lösen X minus B plus A ist gleich Äh, hä, was ist denn das für schon weiss? A minus B plus A X minus B plus A Das sind X minus B Klammern plus A, oder? Ich habe keine Ahnung, den ganzen Scheiß nicht Schon auch nicht So ein Kack, Alter, muss man das jetzt machen, um sich freizuschalten, oder wie? Auf jeden Fall gehe ich jetzt dem Rieschen Warte, ich hole mal eben das Mathebuch Lol, hol mal eben das Mathebuch Nee, im Netzfeld, das sind zu der nicht Ja, das ist das, was ich nicht mache Das ist das, was ich nicht mache Wir gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwie rauskommen Oh, der Hinten liegt schon mal was episch aus Ja, aber wenn wir nicht rauskommen, ist das so, so gut wie gar nichts Ach, die Idee Ich habe gleich, ja, nein Oh, das war auch Schade, aber so Oh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Nein, wo zu ungegen, wo zu gehen Ah, auch, ich bin auch tot Aber jetzt bin ich auch hier gut, also, ich müssen wir einmal sterben Neu-N-P-S Ich bin jemanden der Aufstieg, aber aber die Stärkung ist die Geld weil ich habe das Schild ändern achten ein Axis ja ich hab jetzt keine Rechte ja um willkommen bei Kripp jetzt ist sie ein anderer Sporn sagt man wollen mich verarschen dies ist ein Fiebel Server ihr dürft bauen wo ihr wollt so lange ihr niemanden damit belästigt mit dem Stargate Kreis aus Obsidian an an jeden Ort des Servers aha aha also besonnen sich wieder auf die Website Tick! Kein Hauptbahnhof! Du magst so gerne Bahnhof! Alter geil sieht gut aus ey es ist gut gemacht am Anfang auch mit dem Weihnachtsmarkt ich werde dich nicht lol wir hatten Hack an ich nicht ja und freundlich gleich mal hier hey hey tschüss ja wir haben ein Super Mod ein Super Mod ich bin Super Mod cool ja ich bin jetzt einfach wieder gestoppt jetzt laufe ich wieder da lang ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich bin auf der anderen Seite ich hab's das Team erreichst du mit P oder äh was 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 sollen wir raus machen Lohol Führende Hecten Schmärchen hat nur annehmen Nein Vorrede ausgemacht ja dann geht er noch mal runter vom Server, da muss er weg sein ich gehe mal zum Hauptbahnhof rein jetzt, also auf jeden Fall sehr unfreundlich ja, nächstes Gehegel hier, dann... so, äh ja, zum hier Herzlich willkommen im Bahnhof Juhu, ich kann Maika kaufen, das haben sie gut gemacht Time... äh, Time Day, ich gebe schon ein ... ich habe gefällt, Plugins... ja... Fahr mir mal mit Bahn, da plus Was Linie süd? Aber sind alles, die Standortplugins, Linie West... ... wo kann man hier am Eikon kaufen, kann man für 2 1 1 1, kann man zur 2 1 1, ich schieb dich mal, so braucht sie so, so macht sie auch neben dir Karpfen wo sind die Schild und nicht von mir hier recht so wenn er nicht aber ein Geld mehr kaufen was macht den denn wenn ich hier wirklich viel einfach alter die dumm oder so wir haben schon gemacht die besorgt ja die frage unten x x plus a ist mir egal die machen hier einen kack zusammen ich fahr jetzt hier mit der bahn ja vom server geworfen was ist denn das wo ist du auch vom server geworfen? nö nur du im chip steht raus geworfen ein LUT-Key Prozent was machen die für ein Kack alter ja wo also ich wissen was x plus b gleich mal schauen was youtube dazu sagt so Mist muss ich mir nicht antun ehrlich mal ich bin so dumm wir sind so dumm das mit der Idee mit dem Schweden anfangs finde ich gut ja aber das andere ist so sinnlos ey ja das andere ist so sinnlos ey ja das andere ist so sinnlos ey bisschen bisschen unhöflich hier naja Supermod ja keine Ahnung ist auch scheiße wir haben uns jetzt schon gemacht und die lassen uns trotzdem nicht gehen die Regeln gehen ist ja scheiße k ich muss die Gäste haben ein wenig das machen sich das würden können die auf der Webseite bestimmen Ach ne, ey Ey, ohne Scheiß, das ist dumm Geh ich raus, kein Bock